Da musst du dir eintenken, dass Simon ist im Krieg, seitdem komponiert wurde. Das hat irgendwie seine Grosskrankung schon schwank, um zusammen zu haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch der Eingangste von dem Ganzen, sind die hier wohnen, weisst du nicht? Vorher habe ich mich absträgt. Ich muss absträgt, als Fremde. Also, wieso kann man die Ton nicht rein? Ja, wenn es offen ist. Ah, schon? Ja. Ach so. Wenn jemand unten ist, ist es von morgen um 7 bis 7 bis 7. Ja, gut. Ja, das ist sicher. Es wird weggekommen, oder? Es sind immer die Glieder weggekommen, oder? Ja, das ist für mich schon gut. Da kannst du auch unten sein, am Putzen, aber da kommt einer. Jetzt ist der Fremde gestartet, oder bist du nicht da? Ah, jetzt ruhig nicht offen. Ja, das ist gut. Ja. Also, sie geht schon nicht alle schauen, aber wenn sie weiss, der ist jetzt gestorben, ob sie etwas bezug gehabt sind, dann muss sie schauen, ob sie das holen. Sie muss schon mal schauen. Ja, das ist okay. Wenn ich jetzt nicht so kenne, oder? Ja. Ja, dann ist wieder ein bisschen... Also, der Flugflip noch mal gesehen, oder so. Ja, aber auch. Ja. Du willst nicht einmal das Ding sehen? Ja. Nein, sehr bitte. Ja. Also, die Familie in der Familie schon. Ja, schon. Aber nicht das... Ah, ja. Ah, ja. Also, das ist ja auch. Das ist ja ein bisschen, oder? Du kriegst doch auch die Kommentare. Und so, wenn wir gucken, wenn wir uns mal an die Schule und ich unten das hier und das und jenes... Das ist auch wohl lustig. Du musst doch nichts. Nein. Wir sind ja ein bisschen prima, oder? Ja, das ist ja eigentlich. Ich bin nicht in der Brasilien. Wenn wir da mal nicht auch zahlen, dann sind wir das Geste, so. Ja, das ist ja auch in einem Effektalen, wo wir kommen mit Gapfen. Ja, das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so. Das ist ganz schön. Das ist schön. Das ist ein Stattdienst. Ich finde jeden Moment. Es sind so süßes. Gibt es den Saal, wenn es so wie ein Radenskirchen gibt? Es ist so. Wir haben sicher nicht mehr. Was ist die Zahlung? Moment, ich glaube, wie hängst. Also, wo man zahlst. Aber wenn man zahlst. Ja, wenn man zahlst. Ja, wenn man zahlst. Es ist eben von Wirtschaft zu Wirtschaft verschieden. Aber ich weiss nicht genau, dass die Zahlung zählst. Ich mache hier. Aber der andere wurde verschickt, nur relativ viel private Technik. Aber schon. Dann bringt er ja eigentlich mit. Die Mutter bringt er ja auch ins Spital. Ah, er selber geht ins Spital? Ja, er nimmt das auch nicht. Ja, außer du sagst, du brichst das bewusst Wort. Ja. Ich weiss nicht, von wem haben diese Sachen. Also, da haben sie die Mutter in den Spital. Können wir aussen.